Doch, die Kamera! Geht ihr es hin? Okay, 3, 2, 1, los! Herzlich Willkommen auf dem Genial verbrannt! Nein, das macht ihr einfach mal! Herzlich Willkommen auf dem Genial verbrannt! Okay, 3, 2, 1! Herzlich Willkommen auf dem Genial verbrannt! Dankeschön! Es ist lang! Und du freust dich so sehr? Manchmal! Gar nicht so! Jetzt wieder! Ich bin von der Organisation, Glatte 1! Ja, das ist nun gut! Glatte 1, wenn du jetzt endlich mal das zu mir starten würdest, dann bist du ja verbrannt! Ja, da haben wir den Zawa! Wird jetzt! 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 Ja, und dann machst du wieder Videos und wir kriegen die dann trotzdem nicht! Wird jetzt! Wird jetzt! Oh, sogar Love ist auch sehr genial! Was klar an! True Love! Ja, und dann machen wir die dann auch noch mal! Ja! 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 Der erste Spieler heißt immer Orga, ne? Ja, klar. Oh, wow, was das? Total verplant. Mann, du kommst mir auf YouTube! Das war eine falsche IP. Was ist das für eine Scheiße? Wir leichen mit zwei Köpfen und wir haben eine kleine Schwierigkeit. Naja, und er wollte uns nun eine zweite Leiche liefern, damit wir die Leiche mit den zwei Köpfen irgendwie in zwei Teile trennen können, um das Ganze irgendwie in geordnete Wahn zu kriegen. Naja, nun warte ich auf die Lieferung und er ständig besetzt. Ah, ja, aber es ist auch besetzt. Ja, können Sie da mal irgendwie rüber gehen und das wäre super. Danke!